So, jetzt haben wir ungefähr noch schätzungsweise 6, 7 Meter. Im Moment haben wir unter Kiel noch 21 Meter Platz. Und es geht weiter zügig hoch. Ich vermute, jetzt kommt kein Wasser aus dem Sparbecken mehr, sondern jetzt kommt Wasser von vorne. Silke wartet vorne wieder auf ihren Einsatz. Ich vermute, jetzt kommt kein Wasser aus dem Sparbecken mehr, sondern jetzt kommt kein Wasser aus dem Sparbecken.